Fitness mit Marc Folge 408 Herzlich Willkommen zu Fitness mit Marc, wo sich alles darum dreht, dass du nackt gut aussiehst. Und hier ist dein Gastgeber. Die weiße Wand hinter seinem Schreibtisch musste er fünfmal nacheinander neu streichen, nachdem er einen Schluck Espresso auf Lunge nahm. Marc Maslow! Die vielleicht sogar ein bisschen Angst haben vor dem Hungergefühl. Also lass uns in der heutigen Folge einfach mal der Frage auf den Grund gehen. Wie viel Hunger ist richtig, um nackt gut auszusehen? Und wie gehst du mit dem Gefühl von Hunger um? Der Werbepartner dieser Folge ist Koro. Ich habe Koro entdeckt, als noch Lockdown war, weil ich gerne Lebensmittel online bestelle. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich bestelle gerne große Mengen. Ich zahle lieber ein bisschen mehr und spar dann in Summe. So ähnlich wie aus dem L'Oreal-Film Papa and Deporters, wo er eine ganze Palette voller Senfgläsern bestellt. Ich bin so ähnlich. Ich bestelle große Portionen und das reicht dann auch ein bisschen. Und genau das bietet Koro auch. Die haben qualitativ hochwertige Lebensmittel, die du online bestellen kannst in großen Portionen. Und die reichen dann auch ein bisschen länger. Auf deren Website korodrogerie.de findest du eine riesengroße Auswahl an verschiedenen gesunden Produkten, wie zum Beispiel ein hervorragendes Mandelmus oder mein absoluter Favorit sind die Ingwer-Shots, die du in dein Trainingsgetränk reinmischen kannst oder eben auch so als Durstlöscher, denn da ist kein Zucker drin. Das ist einfach nur gepresster, abgefüllter Ingwer, der einfach wunderbar schmeckt. Und als drittes bestelle ich mir regelmäßig die Soja-Protein-Crispies mit 75% Protein und Kakao. Tolle Möglichkeit, dein Frühstück mit Protein aufzupeppen und es schmeckt einfach genial. Meine Empfehlung, klick dich einfach mal durch, durch das Sortiment auf korodrogerie.de und wenn du den Code FMM, wie Fitness mit Marc, beim Bezahlen eingibst, dann bekommst du nochmal 5% Rabatt auf deine Bestellung. Ja, in der heutigen Folge geht's um Hunger. Solltest du dich hungrig fühlen, wenn du nackt gut aussehen willst, nun gibt es vielleicht auch einen Vorteil, der Hunger dir bringt. Ich halte den Umgang mit dem Gefühl von Hunger für ein ganz wichtiges Element in deiner Fitnessreise, in deiner Reise zum nackt gut aussehen, wenn wir es so ausdrücken wollen. Und das hat auch einen Grund, denn gerade Menschen, die schon diverse Diäten hinter sich haben, die vielleicht schon verschiedene Sachen ausprobiert haben und damit auch dann immer wieder gescheitert sind oder nicht so richtig den Weg gefunden haben, der sich für sie gut anfühlt, haben häufig auch die Verbindung zu ihrem eigenen Hungergefühl und zu ihrem eigenen Körper verloren. Sie wissen häufig nicht mehr richtig, wie sich das anfühlt, wenn du keinen Hunger mehr hast, wenn du dich zufrieden fühlst, wenn du satt bist. Es gibt auch Menschen, die Angst vor diesem Gefühl von Hunger haben und dann alles Mögliche tun, um dieses Gefühl zu vermeiden. Vielleicht kommt dir das ein oder andere davon bekannt vor, dann hör einfach weiter zu und ich kann dir versichern, die meisten von uns waren schon mal an dem Punkt und das Thema ist auch lösbar. Und hier ist etwas, das dich vielleicht überraschen wird. Hunger ist für sich gesehen nichts Schlechtes. Hunger kann sogar ein mächtiges Tool in deiner Fitness-Toolbox sein, wenn du deinen Körper nachhaltig verändern möchtest. Viele Menschen glauben, dass das Hungergefühl ja so eine Art Bösewicht ist, den sie vermeiden müssen, indem sie dann bestimmte Lebensmittel essen. Und na klar, es hilft auch, wenn du bestimmte Lebensmittel isst. Dinge, die wasserreich sind, das hatten wir schon mal in einer Folge im letzten Jahr. Lebensmittel, die dich satt machen, die deinen Magen füllen, wie Gemüse, bestimmte Obstsorten, mageres Protein, sind alles Dinge, die dich satt machen und auch satt halten. Und das ist definitiv eine gute Idee. Und es sind auch Lebensmittel, die dich nicht zu 100 Prozent davor schützen werden, auch mal Hunger zu haben. Und das ist eine gute Sache, denn Hunger ist ein wichtiges und ein gutes Signal, das dein Körper dir gibt. Okay, ich weiß, das darf ich jetzt noch mal erklären und lass uns da auch noch mal reingehen. Punkt Nummer eins ist, wenn du, wenn Menschen sich hungrig fühlen, dann bedeutet das eben auch, dass du die nächste Mahlzeit, die du dir gönnst, auch mehr genießen wirst. Und Punkt Nummer zwei ist, dass Hunger und Sättigung zwei wichtige Signale sind, die dir dabei helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, wenn du dich ernährst. Lass uns das mal anhand von verschiedenen Fragen, die du dir stellen kannst, wenn du etwas isst, durchgehen. Die erste Frage ist, brauche ich etwas zu essen? Und da kannst du dir eine Skala vorstellen, eine Skala von eins bis zehn. Und eins würde dann bedeuten, nein, ich habe überhaupt gar kein Bedürfnis, jetzt was zu essen. Und zehn würde bedeuten, wenn ich mir meinen Arm angucke, dann bekomme ich schon Hunger. Ich würde mich am liebsten selbst essen. Und wenn du dich fragst, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um etwas zu essen, dann wäre meine Antwort, so eine Spanne zwischen sechs und acht ist ein guter Zeitpunkt, um wieder was zu essen. Du wartest also nicht, bis du brüllenden Hunger hast, aber du musst auch nicht unbedingt was essen, wenn sich so ein kleines Hungersignal anschleicht. Ich finde, die Engländer, die Amerikaner, die haben ein schönes Wort hier, die sagen dazu hangry. Also ein so starker Hunger, dass man schon seine Persönlichkeit ein bisschen verändert. Vielleicht kennst du das auch. Das wäre also definitiv schon ein bisschen zu spät. Wenn du aber diesen Bereich zwischen sechs und acht auswählst, dann ist das optimal, um die nächste Mahlzeit so richtig schön zu genießen. Und das bringt mich zur zweiten Frage. Und das ist eine Frage, die du dir beim Essen stellen darfst. Ist dieser Bissen, den ich gerade gegessen habe, ist das mein letzter Bissen? Also ist es okay, wenn das mein letzter Bissen ist für diese Mahlzeit? Wenn du abnehmen möchtest, dann ist es eine gute Idee, dann mit dem Essen aufzuhören, wenn du dich so ungefähr 80 Prozent gesättigt fühlst, 80 Prozent Sättigung. Was heißt das? Nun, auch hier können wir das Ganze ja mal so ein bisschen an Beispielen durchgehen. Null Prozent gesättigt würde bedeuten, ich brauche unbedingt was zu essen. Du hast also richtig Hunger. Bei 20 Prozent hättest du also schon ein bisschen was gegessen, aber du merkst, boah, ich habe doch noch ganz schön viel Hunger, aber so ein bisschen weniger ist es schon geworden. Bei 40 Prozent Sättigung fühlst du dich schon besser, aber wenn du jetzt aufhören müsstest zu essen, dann würdest du nicht wirklich zufrieden sein. Das ist eigentlich eine unschöne Vorstellung. Gehen wir nochmal einen Schritt weiter. Was ist 60 Prozent Sättigung? Nun, bei 60 Prozent würdest du dir denken, ich habe eigentlich schon ganz gut was gegessen, aber ich fühle mich noch nicht so richtig zufrieden. Ich glaube, ich esse noch ein bisschen was. Und jetzt kommen wir zu den magischen 80 Prozent. Was sind die magischen 80 Prozent? Wie fühlst du dich da? Du fühlst dich energiegeladen. Du könntest also jetzt, wenn du aufhörst zu essen, rausgehen, spazieren. Du kannst Dinge tun. Du bist aktiv. Du fühlst die Energie in dir drin. Und gleichzeitig hast du auch das Gefühl, ich könnte jetzt auch noch einen Nachtisch zum Beispiel essen, aber muss ich eigentlich nicht. Das sind die magischen 80 Prozent. Und das ist vielleicht gerade in der jetzigen Zeit auch nochmal ein schöner Reminder, denn vielleicht bist du auch in der Situation heute oder in den nächsten Tagen, wo es einfach viel zu essen gibt und du durchaus über diese 80 Prozent rübergehen könntest. Was wären also 90 Prozent? Nun, 90 Prozent würde bedeuten, dass du dich schon satt fühlst und eigentlich gar nicht so richtig den Wunsch hast, dich jetzt auch noch zu bewegen. Am liebsten würdest du nicht so viel tun. Füße hochlegen, chillen. Du fühlst dich einfach satt. Und die Vorstellung, jetzt noch spazieren zu gehen, ist einfach ein bisschen too much. Und dann kommen wir zum 100 Prozent. Das ist also der andere Anschlag. Hier bist du wirklich bis an den Rand vollgegessen. Dein Magen fühlt sich ziemlich aufgebläht und stramm an. Und das Einzige, was du jetzt gerne tun würdest, ist die Füße hochlegen, dich hinlegen und einfach gar nichts machen. Und warten, dass dieses Völlegefühl nachlässt. Also, jetzt sind wir das Spektrum einmal durchgegangen und dein Ziel, und das ist eine gute Idee bei jeder Mahlzeit, ist so diese 80 Prozent anzugehen. Und das ist auch eine Sache der Übung. Also, es ist völlig in Ordnung, wenn du das ausprobierst und dich Obama dabei erwischt, wie du über das Ziel hinausschießt. Es ist eine Feedback-Schleife, auf die du dich einlassen darfst. Und das ist auch ein Ansatz, der häufig eben als intuitives Essen bezeichnet wird. Also, dass du so eine Intuition dafür entwickelst, wann diese 80 Prozent erreicht sind. Und du immer besser dich darauf hintrainierst, auch wirklich dann aufzuhören in den meisten Mahlzeiten, die du dir gönnst. Und 80 Prozent, das nochmal zur Erinnerung, bedeutet also, dass du dich zufrieden fühlst. Du fühlst, du fühlst dich satt. Und es gibt Menschen, für die reicht allein, dieses 80-Prozent-Gefühl zu entwickeln aus, um dann ihr Abnehmziel zu erreichen und eine schlanke Figur zu erreichen, ohne dass sie Kalorien zählen müssen. Und für viele Menschen hilft es trotzdem, auch ein Gefühl für die Kaloriendichte zu entwickeln. Es sind also zwei verschiedene Konzepte. Dieses 80 Prozent, dieses intuitive Ess-Prinzip wollte ich dir einmal vorstellen, weil es aus meiner Sicht ein ganz wichtiges, ein ganz wertvolles, schönes Konzept ist, das eben auch dazugehört. Und jetzt kommen wir nochmal zurück zum Hungergefühl. Ist es denn immer wichtig, nur auf dein Hungergefühl zu achten? Und das passt hier eigentlich auch ganz gut. Ich selbst bin kein großer Freund des Wortes immer. Denn welcher Ansatz jetzt für dich funktioniert und für dich in deiner jetzigen Situation der richtige ist, der hängt von verschiedenen Faktoren ab. Er hängt ab von deinen Zielen, wo möchtest du eigentlich hin, von deiner aktuellen Lebenssituation. Und es gibt viele andere Faktoren, die hier eine Rolle spielen. Es gibt nun mal Situationen im Leben, in denen es vielleicht eine bessere Idee ist, zu essen, und zwar nicht, weil du gerade Hunger hast, sondern weil andere Faktoren eine Rolle spielen. Und lass uns mal ein paar Beispiele durchgehen. Angenommen, du bist auf Reisen und du möchtest deinen Körper an eine neue Zeitzone gewöhnen, dann kannst du den Zeitpunkt einer Mahlzeit nutzen, um deinen Körper an diese neue Zeitzone zu gewöhnen. Und zwar unabhängig davon, ob du gerade Hunger hast oder nicht. Die Ernährung ist also auch eine Möglichkeit, dich hier anzupassen. Und hier ist eine weitere Situation, die du vielleicht kennst, die viele von uns garantiert kennen aus ihrem Berufsalltag. Manchmal haben wir einfach nur ein bestimmtes Zeitfenster, um was zu essen. Und die Frage, die sich dann stellt, ist, entweder du isst jetzt oder du isst eben gar nicht. Manchmal ist es auch eine kulturelle Frage, ob du etwas isst oder nicht, weil möglicherweise deine Familie jetzt zusammenkommt und ihr jetzt zusammen als Familie was essen könnt oder eben gar nicht. Und hier ist es dann häufig auch besser, was zu essen, als auf die Signale deines Hungers zu hören. Wie du dich also entscheidest, ist individuell. Es gibt hier keinen richtig oder kein falsch. Es ist deine Entscheidung. Und mir fallen ja auch noch weitere Beispiele ein, wie zum Beispiel die Schwangerschaft oder eine bestimmte Gesundheitssituation, die es eben erfordert, dann etwas zu essen. Menschen, die Medikamente nehmen müssen, die müssen sie vielleicht mit etwas Lebensmitteln einnehmen. Also es gibt verschiedene Situationen, in denen es durchaus Sinn machen kann, dann zu essen, wenn du keinen Hunger hast. Und dann gibt es Menschen, die haben sich einfach daran gewöhnt, den ganzen Tag über was zu snacken. Das sind die Menschen, die vielleicht alle 30 bis 45 Minuten gewohnt sind, etwas zu essen. Und wenn sie das nicht machen, dann kommt dieses Bedürfnis auf. Und falls du dich hier jetzt wiedererkennst und abnehmen möchtest, dann geht es eben auch darum, deine Hungersignale umzulernen, umzuprogrammieren. Ich finde das immer sehr spannend. Ein Freund von mir, der hat einen Hund und dieser Hund bekommt immer um 17.30 Uhr was zu essen. Davor gibt es nichts. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wann es die letzte Mahlzeit vorher gab, aber das ist auf jeden Fall mindestens ein halber Tag oder fünf oder sechs Stunden. Und es ist total spannend zu sehen, wie dieser Hund immer ungefähr so eine Viertelstunde, bevor dann diese Uhrzeit eintritt, also ab Viertel nach fünf, anfängt unruhig zu werden. Und er bekommt dann auch Hunger und weiß, okay, gleich wird es was geben. Und wir Menschen sind hier genauso. Wir sind, was unsere Hungersignale angeht, letztendlich genauso wie andere Säugetiere. Das ist auch Trainingssache. Und du kannst dich, selbst wenn du es gewohnt bist, regelmäßig was zu essen, in kurzen Abständen dahin trainieren, dass du vielleicht auf drei Mahlzeiten am Tag kommst. Also auch hier würdest du ein bisschen abweichen von deinem natürlichen, intuitiven Hungergefühl. Ja, und das Umgekehrte gilt natürlich auch dann, wenn du aufbauen möchtest, wenn du überkalorisch essen möchtest, weil du an Gewicht zunehmen möchtest. In diesem Fall ist es auch keine so gute Idee, auf das nächste Hungersignal zu warten, sondern hier darfst du dann eben auch häufiger essen. In solchen Fällen kann es helfen, wenn du dir einen Wecker stellst. Wenn du also zu bestimmten festen Uhrzeiten isst und dann nach der Uhr gehst. Ja, und für einige Menschen ist dieses nach der Uhr gehen, gerade wenn du abnehmen willst, auch nicht immer der richtige Ansatz. Es kommt so ein bisschen darauf an, wie du psychisch damit umgehst. Wenn du dich dabei ertappst, dass du immer nur auf die Uhr guckst und siehst, ich will eigentlich jetzt schon was essen, aber ich muss noch zwei Stunden warten und du ertappst dich dabei, wie du in so ein Mangelgefühl gehst, dann ist das Essen nach einer bestimmten Uhrzeit auch nicht unbedingt der richtige Ansatz. Du siehst also, es ist sehr individuell. Das, was du aus der heutigen Folge für dich mitnehmen kannst, ist dieses 80%-Modell. Achte einfach bei der nächsten Mahlzeit mal drauf, wo sind diese 80% bei dir. Wenn du ein bisschen darüber hinaus schießt, dann ist das auch wertvolles Feedback. Selbst wenn du dich dabei erwischst, dass du die 100% erreichen solltest, ist auch das ein wertvolles Feedback. Das Schöne an dem 80%-Modell ist, das funktioniert und das kannst du trainieren, unabhängig davon, was du isst. Es ist unabhängig von deinem Lebensstil, es ist unabhängig von deinen Zielen und es ist unabhängig von deinen Rahmenbedingungen. Und das ist ja eine gute Idee, oder? Und eine gute Nachricht. Und damit wünsche ich dir eine schöne, eine wunderbare Zeit in den nächsten Tagen. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder mit einem ganz besonderen Gast hier. Und da geht es dann um die Neurowissenschaften des Nacktgut-Aussehens. Bis dann. Falls du diese Folge hörst und noch nicht abonniert hast über Apple Podcasts, Spotify oder andere Plattformen, dann solltest du das schleunigst ändern. Denn die beste Möglichkeit, dran zu bleiben, ist, wenn du dir diesen Podcast kostenlos auf dein Phone oder dein Lieblingsgerät liefern lässt. Du kannst ganz einfach abonnieren, indem du auf Apple Podcasts gehst und dort nach Fitness mit Marc suchst. Oder du gehst auf www.marathonfitness.de-podcast und klickst dort auf Abonnieren. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann kannst du auch was zurückgeben. Geh auf Apple Podcasts oder auf Spotify, gib mir deine 5-Sterne-Bewertung und schreib was Nettes. Ich lese das und ich werde dir ewig dankbar sein. Versprochen. Der Punkt ist der, Ja, mit deiner Bewertung hilfst du, dass dieser Podcast leichter gefunden wird von Menschen, denen diese Infos auch helfen könnten, um ihren Körper zu verbessern, um nackt gut auszusehen. Also, kennst du jemanden, dem dieser Podcast helfen würde? Denn das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine weitere Empfehlung. Der Punkt ist01,